Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so dass ihr euch dazu entscheiden solltet. Der Wald der Crocs ist wieder schön. Hei, 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 tralala. Und ich hoffe, es gibt hier schöne vier Rätselschreine. Das wäre es doch. Oder waren es fünf sogar? Fünf Schreine waren hier drin, ne? Fünf Rätselschreine. Mal gucken. Oder waren es... Ne, es waren vier, glaube ich. Gegengewicht. Das klingt nach einem Rätselschrein. Heh 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 heh. Okay. Okay. Kaboom. So, weiter geht's. Oh, wo ist der Kiste? Hochklettern kann man ihn nicht, ne? Bei dem, ne? Bei dem kann man hochklettern, glaube ich. So. Deswegen muss irgendwie nach vorne geschleudert werden. Aber wie? Durch den Schwing selbst? Doch nicht, oder? Doch. Ah. Nein, komm wieder zurück, bitte. Okay, da ist die Physik echt ein bisschen komisch gerade. Wo hat das Ding, dass die Energie her wieder hoch zu gehen? Das verstehe ich nicht ganz. Oh, das reicht nicht. Komm bitte mal ganz kurz zurück. So. Und einfach, weil ich es kann, weil ich genug dabei habe. Wobei das könnte, das könnte böse enden. Wobei das könnte, das könnte böse enden. Na, hat aber geklappt. So. Gut. Nicht, dass man sich eine Wunde hat, weil wir müssen dann... Wir haben ja noch Gerudo offen, wir haben noch Quest, dann vermutlich bei den Crocs offen, außer die ganzen Scheine sind alle mit Quest, das hieß, wie es Breath of the Wild war, keine Ahnung. Ah, Wertherheld, dank dir ist der Wald der Crocs nun wieder wie früher. Hast du kurz Zeit, Wertherheld, ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ach, wirklich? Vielen Dank, Wertherheld. Nun ist es wie folgt, ich habe da einen Freund, der behauptet, er hätte neulich einen großen Wirbel gesehen. Angeblich war dieser Wirbel in einem Ort mit Wasser. Ich würde ihn so gerne mal sehen und sah es nur auf einem Bild. Aber noch ist es viel zu gefährlich, sich auf die Reise dorthin zu begeben. Kannst du nicht dafür sorgen, dass bald überall wieder Frieden herrscht, Wertherheld? Ja, wenn es mehr nicht ist. Wenn der liebe Croc nicht nach mehr fragt als Frieden auf der ganzen Welt, dann... Das ist ja easy, das mache ich ja eben mit Links, das ist ja gar kein Problem. Man kann es kurz gucken, wie das aussieht, ob das jetzt wieder... Der Nebel müsste immer noch da sein, ne? Ja... 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 Na, aber klar... Also wir brauchen auf jeden Fall Quests, glaube ich. Hier sind Schreien. Ich kann die mal ganz kurz so markieren. Hier sind Schreien. Und da sind Schreien. Das war eh nur der Ausgang. Der geht eh nicht zu dem Schreien hin. Lala. Lala. Ich glaube, den hier oben müsste ich eigentlich bekommen. Einfach so, oder? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ah, ist sogar ein Schreien-Rätsel. Das heißt, das sind wieder nur rauchlos Segen. Na toll. Er ist so grün. Findest du nicht auch? Ich bin ein nichter Glückspilz. Wie? Du willst meinen Stein? Nix da. Den habe ich gefunden. Ich könnte mir aber vorstellen, ihn dir zu überlassen. Vorausgehörst du mir bei einer kleinen Sache. Ha, wusste ich es doch. Also schön, spitze eine Lausche. Es geht um Goldäpfel. Ein schöner Stein mag vielleicht Futter für die Seele sein, aber ein grummelnder Bauch lässt sich damit nicht besänftigen. Bring mir fünf Goldäpfel gegen den Hunger. Dann sollst du mein wunderbar hübsches Steinchen haben. Folge einfach diesem Pfad hier und gehe immer weiter. Irgendwann kommst du zu einer großen Moorlandschaft, die Mido-Sumpf genannt wird. Such dort an der Nordseite. Da findest du Bäume, die leckere Goldäpfel tragen. In letzter Zeit waren da allerdings immer mehr Monster unterwegs. So leicht kann man die Äpfel also nicht pflücken gehen. Außerdem ist das Moor im wahrsten Sinne des Wortes bodenlos. Wer dort hineinfällt, um den ist geschehen. Sei vorsichtig. Hm, kann es sein, dass du fünf Goldäpfel dabei hast? Ach was? Na, wenn das so ist? Fünf leckere Goldäpfel für mich und ein hübscher Stein für dich, wie versprochen. Da, 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 da. Ja, für fünf Goldäpfel habe ich jetzt einfach ein Segen bekommen, nehme ich an. Hey, vielleicht ist es ein Rätselschrein und kein Rauchussegen. Mal gucken. Na, Grafikfehler Rauchussegen ist es. Äh, äh. Da, 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 da. Bapapapam. Bapapapam. Ui. ihr seht nichts da waren keine grafik für das sah nur so aus ganz sicher in der emulator manchmal aber in der stelle muss ich immer wieder sagen leute das ist im originalspiel nicht sondern keine sorge also das ist das originalspiel aber auch der auch in den hardware ist das nicht so nein das ist ein fakespiel ich habe das selber programmiert weil ich nicht warten konnte oder so dann habe ich ein paar bugs einprogrammiert stell dir vor es wird ein neues spiel angekündigt und die programmiert das selbst wenn ihr nicht warten könnt ach du bist ein jana und kein kopf dann gibt es auch keinen grund dich aufzuhalten eine sache wäre da allerdings die mir schon länger kopfzerbrechen bereitet vielleicht kannst du mir weiterhelfen im wald der crocs ist vor kurzem eine ganz ähnliche ruine aufgetaucht aber ohne dieses runde grünliche etwas und plötzlich als ich mich gerade auf den heimweg machen wollte stürmten horden von monstern heraus baummonster knochenmonster alle möglichen sorten deshalb bin ich hier um die crocs vor der gefahr zu wahren aber du bist jana du kannst gut auf dich selbst aufpassen sei trotzdem vorsichtig hörst du die blumen markieren übrigens den weg und soll verhindern dass du dich verläuft also auf keinen fall pflücken oder b du berr du 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 Da fehlt aber ein Steinchen. Leider dann wieder nur Rauros-Sägen. Schade. Ich hatte gehofft, es gäbe ein paar Rätelschreiner, aber leider sind irgendwie gefühlt die Hälfte aller Schreiner Rauros-Sägen. Das ist ein Talus. Ich bin doch nicht bekloppt. Hallo, warum geht das nicht? Was? Jo, keine Ahnung. Aber easy. Wenn er mal treffen würde. Huh. Das war's. Das war's. Das war's. Ich glaube weder, dass die Timeline sich immer wiederholt, noch, dass das ein Hinweis darauf sein soll. Das glaube ich einfach nicht. Ich bin halt immer noch ein bisschen, ich glaube, die haben wirklich Sachen geradconnt oder, was auch möglich ist, was ja viele denken, ja man weiß halt nie, wann es stattfindet. Also, kann natürlich sein, dass Rauhu, aber er hat das Reich Hyrule gegründet. Das muss also vor Ocarina of Time gewesen sein. Das muss alles, das... Ich glaube, dass die ganzen alten Zelda-Teile alle geradconnt wurden. Die gibt's alle nicht mehr, die existieren in dieser Timeline einfach nicht. Und auch Skyward Sword existiert so prinzipiell nicht. Vielleicht ist es eine alternative Zeitlinie. Das kann's natürlich sein, ne? Das könnte natürlich was erklären, aber vielleicht hat irgendjemand mit der Zeit rumgespielt und die Zeit kaputt gemacht. Ich war eine Weile nicht da, also sollte ich vielleicht mal hin, nur um nach dem Rechten zu sehen. Na, zu meinem ganz besonderen Ort, den darf nur Markus betreten, sonst keiner. Es gibt mitten im Wald eine Lichtung, mitten auf der Lichtung ist ein grüner Wirbel. Außerdem kann man von dort aus eine Insel am Himmel sehen, deshalb ist das Markus Lieblingsort. Oh, aber der Ort ist von verlorenem Nebel eingehüllt, denn nur Crocs können sich darin bewegen, sonst niemand. Deshalb kann ich dich leider nicht mitnehmen, aber ich kann dir genau sagen, wo der Ort ist. Zeig mir deine Karte, ja? Da! Von da aus siehst du die Insel am Himmel, obwohl du wohl auch von der Insel aus in den Wald sehen könntest? Ah, man muss von oben nach unten, oder was? Ja, offensichtlich. Der Nebel ist hier zu krass. Na, na. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, 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 hm. Ach, ja. Den Schrein sieht man auch von oben. Das ist jetzt wieder ein Rätselschrein, oder kriege ich einfach direkt wieder Rauhosegen? Weil ich von oben reingekommen bin und das Rätsel war, was ich gelöst habe für den Schrein. Ja, das sind auch Rätsel irgendwie, aber das sind so kleine Easy-Rätsel, die finde ich ein bisschen zu... Ja, naja, gut. Meinetwegen. Schade. Außer Rauhosegen wieder nichts gewesen. Ich nenne die auch jetzt nicht mal Rauhosegen, ich nenne die Rauhose Spesen, damit das schön reimt. Außer Rauhose Spesen nichts gewesen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich komme hier öfter alleine her, aber ich hätte nie erwartet, dass ich hier mal jemanden treffe. Gut, dem Kolossierum gibt es auch noch eine schöne Belohnung, aber das machen wir jetzt noch nicht. Kolossieren werden wir später machen. Und da ich übrigens auf YouTube gefragt wurde, ob ich mit einer... ob ich blind spiele oder mit einer Karte, kann ich das direkt im Party-App beantworten. Ich spiele blind in der Hinsicht... Also in allem, bis auf die Kroksamen, spiele ich blind. Die Kroksamen markiere ich mir von der Karte. Sei mir mal ehrlich, wer macht das nicht. Also, es gibt glaube ich sehr wenige, die wirklich so viel rumsuchen wollen, dass sie alle Kroks selber finden. Das geht zwar, aber ich finde das irgendwie zu viel Aufwand, wenn ich ehrlich bin. Da sitze ich wirklich zu lange glaube ich dran, weil ich bin da nicht so gut drin. Gut, die Krog-Maske könnte helfen. Die geht es bestimmt auch im Spiel. Ich weiß ja noch nicht wo. Ich nehme an, vielleicht im Wald der Kroks. Vielleicht unten im Kolosseum, möglicherweise. Wer ist mein bester... best guess? Weil Colten hatte sie auf jeden Fall nicht, aber Colten macht ja auch nur Monstersachen. Und nicht so war es eigentlich. Also von daher hätte ich das auch nicht erwartet, dass Colten die hat oder der Bruder die hat. Ähm... Ja gut, vorher war die auch im Wald der Kroks, ne? Das war vorher ja auch so. Da war das ja in einem Baum, glaube ich. Bei Breath of the Wild. Also vielleicht ist es jetzt diesmal im Untergrund unter Wald der Kroks. Vielleicht das Kolosseum, aber da... Da ist bestimmt wieder Leune oder sowas drin, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt gerade zumindest nicht. Weil eigentlich können wir ihn machen, weil Leune sind ja nicht mehr so das Problem, ne? Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht im nächsten Part, wir können uns ja runter teleportieren. Niemand hält uns davon hier ab, da hinzugehen. Oh, warte. Im Wald der Kroks passiert ganz seltsame Dinge, aber jetzt scheint alles wieder ganz normal zu sein. Ich bin ja so erleichtert. Hm. Sagen wir es jetzt jedes Mal bitte nicht. Ich wollte gerne, dass die das weiterhin so schön kurz... Und dann fertig. Tschüss. Aber ich werde langsam schon ein bisschen nostalgisch, weil ich weiß, das Spiel geht zu Ende. Wir sind gut dabei. Wir sind, denke ich, bei insgesamt 75 bis 80 Prozent des Spiels. Würde ich schon sagen. Ja gut, die Kroks sind halt schon viel Arbeit, ne? Das muss man schon sagen, aber... Naja, ich habe jetzt bald 600 schon. Dann fehlen halt nur noch 400, ne? Und dann irgendwann habe ich 700, dann fehlen halt nur noch 300. Also... Es wird dann ja immer weniger, versteht ihr? Und das ist natürlich sehr logisch, aber... Naja... Sag mal... Und irgendwann werden dann halt aus 700, 800, dann fehlen nur noch 200. Und dann werden aus 800, 900, dann fehlen halt nur noch 100. Und dann ist das quasi schon fast vorüber mit der Krokssuche. Und dann... Haben wir 0. Und dann... Haben wir noch Nebenquests. Einige, übrigens. Schreiner haben wir noch. Die werden wir natürlich neben den Kroks sowieso erledigen. Und das heißt, wenn wir die Krokssuche fertig haben, müssten wir eigentlich... Fast alle Schreiner vielleicht minus 2 oder so haben. Keine Ahnung. 2 bis 4. Vielleicht haben wir am Ende so 148 Schreiner. Da müssen wir uns die letzten 4 suchen. Wenn wir die dann haben, dann haben wir das auch fertig. Dann kommen noch die Nebenquests. Cletus Kleblatt. Das sind bestimmt auch noch 4, 5 Quests, 6 Quests oder sowas, die da noch kommen. Ähm... Gerudo-Stadt gibt es noch ein paar Quests, die wir machen müssen. Wir müssen nur mal gucken, ob es vielleicht in Kakariko... Aber in Kakariko haben wir glaube ich alle Quests gemacht und so. Und wir müssen auch mal schauen. Vielleicht haben sich auch noch irgendwo neue Quests eröffnet. Aber ja, dann... Wenn wir das durch haben... Gut, dann gibt es noch was, was wir machen müssen. Aber das müssen wir nicht unbedingt machen, bevor wir Ganendorf besiegen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Weil da mache ich glaube ich einen großen Stream, wo wir einfach nur Farmen gehen. Ganz ehrlich. Vielleicht lade ich ihn sogar hoch. Quasi. Irgendwie ein 5 Stunden Part, wo wir nur Ressourcen farmen. Läuen killen, dies killen, jenes killen und Sachen farmen für Rüstung upgraden. Gut, wir müssen den ganzen Untergrund noch erkunden. Stimmt. Doch, doch. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Der Untergrund ist noch... Der Untergrund da ist noch sehr viel zu tun. Also den Untergrund müssen wir noch komplett erkunden. Das sollten wir auch bestimmt, bevor wir Ganendorf besiegen machen. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Stimmt. Und im Untergrund gibt es glaube ich auch noch ein paar Quests. Und wir müssen ja noch die ganze Jäger-Sache da machen. Die ganzen Jäger-Quests und so. Die müssen wir auch noch erledigen. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt in ein paar Tagen vorbei ist. Wir werden schon noch ein paar Wochen Zeit haben hier zu spielen. Und wie ihr ja wisst, wie ich schon gesagt habe, ab Montag, also ab morgen, nehme ich Finger auf. Das heißt ab morgen gibt es dann halt jeden Tag nur 5 oder 6 Parts. Je nachdem wie es mir gerade geht. Es kann auch sein, dass man am Tag kein Part kommt, weil es mir einfach am Abend nicht gut ging. Oder weil zum Beispiel die Mutter nach Hause kommt und wir hier super viel Arbeit haben oder so. Weil die kommt ja nochmal hierher und wird ja ambulant palliativ behandelt. Und da kommt auch ein Krankenbett hierher und alles mögliche. Da muss man nochmal schauen. Kann natürlich sein, dass ich einfach mal keine Zeit habe. Wenn es absehbar ist, versuche ich vorher mehr aufzunehmen, um dann über 2 Tage, vielleicht 7 Tage, 3 Parts oder so hochzuladen. Damit dann kein Tag ohne Part kommt. Weil es mir natürlich ein bisschen schade. ... ... ... ... Wo zur Hölle soll diese Kugel hin? Ja, Blutbund, ist gut. Ich finde es aber so krass, dass die da wirklich zwei Cutscenes für gemacht haben, für den Blutmund. So, ich muss mal ganz kurz wieder die interaktive Karte gucken und schauen, was da mit dem Crock los ist. Wir haben da zwar eine Kugel, aber so wirklich schlau wäre ich aus dieser Kugel nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, ich werde da nicht schlau draus, weil das nicht stimmt, weil das ein Crock ist, den wir transportieren mussten und den haben wir transportiert, gar kein Problem, ist aber schon erledigt. Den Crock hier haben wir auch schon. Okay. Gut, gut. Gut, aber hier auf dem Weg ist noch ein Crock. Ja, manchmal markiere ich mir auch falsche Sachen, das kann schon mal vorkommen. feelings von der Karte auf dem Weg hin. Hey, los wird das alles läuft, jeder los geht weg bitte zu den Crock. Waffel warte mal hast mich gefunden so Schnell hier weg sein, wie sagst du, Rock? Bis dann, tschüssi. Ja, lass uns zum Akala-Instrukturen hingehen, da kommen wir direkt zum... Akala-Instrukturen teleportieren, wenn wir eh schon dahin müssen. So. Ah, und wir holen, glaube ich, ich... Also ich weiß, ob die Croc-Maske da unten ist, ich weiß es noch nicht, aber ich bin stark der Vermutung aufgelegt, dass sie da unten sein könnte. Dann werden wir das Colossieren mal im nächsten Part da unten entdecken. Äh, ich hab ein bisschen Angst. Ah, das ist bestimmt ein Silberleun oder sowas und dann auch noch ein Jasma, weißt du? Ah, das wär nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Äh... Nee. Dann so. Perfektissimo! Bis dann, tschüssi! Wir müssen auch noch eine Fee holen, wir haben noch so ein bisschen Story-Sachen, wie ihr merkt. Ich hab extra so ein paar Sachen einfach brach liegen lassen, nebenher. Damit wir immer so ein bisschen was haben, was wir machen können, wenn wir dann... wenn wir dann, ähm, wieder ein bisschen überdrüssig werden von der Croc-Suche, was immer schneller passieren wird, ne, jetzt sofort. Die ersten 500, das war ja noch, huf, aber mittlerweile bin ich so genervt von der Croc-Suche, dass ich eben annehmen kann, dass wir also alle 50 bis 100 mal wieder irgendwie was anderes machen. Was gibt dann noch Höhlen und sowas, ne, also, na, mal schauen. Ja, Mann, geh mal Höhlen forsten, Mann. Bis dann, tschüssi! Ich muss sagen, die Höhlen und die Brunnen, die machen es schon ein bisschen angenehmer mit der Croc-Suche. Also, wenn man die noch nicht alle gemacht hat, die Höhlen und Brunnen, und man während der Croc-Suche quasi dann Höhlen und Brunnen entdeckt, ist das schon ganz geil. Ist zumindest besser, als es damals in Breath of the Wild war. In the Breath of the Wild. Platsch! It's done to see. Und an der Stelle natürlich, ich kann es nur immer wieder sagen, ich weiß, es nervt, glaube ich mittlerweile, aber vielen lieben Dank für die ganzen Abos, ne, auf YouTube. Das ist, das ist phänomenal. Hätte ich mir nie träumen lassen. Wie gesagt, also Skyward Sword hatte mir damals irgendwie 100 Abos oder 150 Abos gebracht. Und so an dem Dreh habe ich mir das vorgestellt, weil Skyward Sword ist ja auch ein großes Zelda. Und das war ja... Gut, die Leute kennen natürlich Skyward Sword schon, so ist es ja nicht, ne, also... Klar, die Leute kennen Skyward Sword, aber... In der HD-Version, Leute, und die war auch wirklich gut. Also das war echt ein guter Port. Oder ein gutes Remaster. Die HD-Version von Skyward Sword, echt... Njam, 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 lecker. Die Controller-Steuerung für das Schwert, ich fand ich auch super, kann man benutzen. Das kann man benutzen, das geht gut. Was willst du? Rüstungskäfer, besitzt einen äußerst robusten Panzer, kocht man ihn mit Monsterzutaten, erhält man eine Medizin, die die Muskeln stärkt und somit die Abwehr steigt. Dab, 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 dab. Es ist ganz klar, was wir da reinmachen müssen. Äpfel natürlich. Verarsch euch nur. Pass auf, ich bin ein Liga. Wuhu! Bis dann, Fissi. Das Tagebuch hier drin, hatten wir schon gefunden, ne? Oah. Du hast mich gefunden. Bis dann, Schütti. Wisst ihr, was ich mal ganz kurz mache? Ich schicke mal ganz kurz... Das heißt aber, wir brauchen noch viel mehr Wille der Weisen, weil es ja noch einen Weisen mehr gibt. Okay. Aber ich schicke mal die Rijo und den Mech mal kurz weg. Oh ne, da ist bestimmt ein Krog, der irgendwo hin will, oder? Natürlich ist da einer, der irgendwo hin will. Hm, natürlich. Ja, ja. Ja. Natürlich bist du so erschöpft, mein Guter. Von ganz nichts tun. Bin ich auch den ganzen Tag. Ich bin den ganzen Tag erschöpft, von ganz nichts tun. So. Hm, hm, hm. Hm. Nix, nya. Kommt jetzt mit. Enfin, nein, nein. рос Gest 2019 Mal Hayden. Alles Drott. Tja. Ich würde jetzt runtergekudert werden. Ne, ne, ne. So. 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 Oh nein. Das sollte der letzte Krog für diesen Part Facern. Na ja, mein wegen. Das ist ja gar nicht weit. So. Es sind ja quasi nur fünf Meter. Das ist so ein Moment, wo es sich wirklich lohnt, die Maschine zu bauen. Ich überlege gerade, ob ich endlich mal diese Funktion nutze und ich glaube, wurde gefragt, was das hier ist, wo man die findet. Die findet man unten in einer Mine und ich glaube, wenn ich das hier, wieviel Sonar kostet ich das dann im sonarium 12 aber ich kann die teile auch platzieren auf dem boden ich kann auch währenddessen glaube ich auch hier hingehen und dann währenddessen geht es nicht aber wenn ich jetzt für die teile hinlegen wie viele waren das wenn auch das hier brauchen und wir werden noch den untersatz brauchen und wir werden natürlich noch den hier brauchen wenn ich jetzt die bautomatik nutze dann kostet mich das jetzt aber nix an sondern aber wie man sieht das funktioniert endlich ohne ruckeln schön so auf zu deinem freund achter vorne wäre sogar eins gelegen aber egal wir hätten wohl doch einfach hin gleiten können aber naja ja ja kein problem immer gerne und stimmt wir müssen ja noch extrem viel sonarium fahren wir müssen ja wirklich tausende sonarium fahren fahren um unsere batterien auf max zu bringen das gehört natürlich auch zu 100 prozent dazu fällt mir gerade ein ist auch noch lustig tja aber ich sag mal ein resumee meines urlaubs wir haben sehr viel erreicht leider nicht alles noch bei weitem nicht alles ich glaube breath of the wild hätte ich in einer woche urlaub also sieben tage die ich ja quasi nicht sogar mehr spiel neun tage habe ich ja gespielt quasi ich glaube breath of the wild hätte ich neun tagen komplett 100 prozent durchgeschafft also das spiel ist deutlich größer man merkt es allein daran muss gleich mal gucken wie viele parts ich bei breath of the wild hatte ja man guck mal nach bis dann tschüssi so warte mal welcher war das war das der den ich fliegen luste ja ne ich glaube schon ich glaube schon dass das war so meine lieben freunde das war es aber für diesen part wir sehen uns wieder im nächsten part und es sind nicht mehr so viele dann haben wir schon drei viertel der karte bis dann haltet ihr uns statt macht immer das beste aus eurem leben euer potato bett verabschiedet sich bis dann tschüss